Am ersten Adventswochenende veranstaltete die Sellgroß-Filiale in Norderstedt ein Late-Night-Shopping. An diesem Abend übernahm Corinna Koch die Moderation und begrüßte die ca. 30 anwesenden Gäste. Ein reichhaltiges Buffet mit verschiedensten Leckereien stand bereit. Wir veranstalten heute ein Late-Night-Shopping, speziell für unsere Kunden. Wir haben heute geöffnet bis 23 Uhr. Da gibt es besondere Angebote wie 10% Rabatt auf Non-Food-Artikel, verschiedene Verkostungen. Und das große Highlight eben das große Entenessen, was Herr Christoph Spenner von Support & Catering ausrichtet. Also das Entenessen, da haben wir eine spezielle Location sozusagen vorbereitet. Das ist bei uns, nennen wir das Plateau, damit der Kunde eben halt einen guten Ausblick hat, einfach über den ganzen Markt und was heute so noch weiter abläuft. Und wir haben einfach jeden einzelnen Kunden angeschrieben. Also es konnte jeder Einzelne, konnte sich hier dafür, sag ich mal, bewerben, beziehungsweise eben halt anmelden. Und ja, dieses Event einfach mal erleben, mal was anderes, als wie in einem Restaurant. Diverse Verköstigungsstände, weihnachtliche Deko, eine Band mit Live-Musik und kostenloser Kaffee und Kuchen rundeten den lustigen Abend ab.